Stimmt's, Adria? Stimmt's, Adria? Stimmt's, Adria? Ich glaube, es tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Last Road Game. Auf nach Bamberg zum Deutschen Meister. In Bamberg angekommen. Im Hotel. Zeit zum Einchecken. Jetzt zum Shootaround in die Bamberger Halle. Ein bisschen die Beinchen bewegen. Ein bisschen sich an die Körbe gewöhnen. Und dann heute Abend, spielen wir gegen den Deutschen Meister. Das vorletzte Video in dieser Saison. Alle sind schön angezogen. Außer unser Assistent. Geldstrafe. Wir gehen gerade zu deinem letzten Auswärtsspiel. In der Saison. Was hast du gesagt, Ivan? Deutsche Meister, wir kommen! Wir kommen stark! Die Sonne scheint. Wir sind alle positiv für morgen. Lasst einmal noch mal reinhauen. Und dann ist erstmal Sensor. Das letzte Spiel in der Stadthalle Diesel. Wir haben heute dieses Jahr gewonnen. Gegen Rasterfechter. Jetzt gibt es noch eine Autogrammstunde. Mit den Fans. Wir sind hier nicht alleine. Auch nochmal riesen Dank an diesen Mann hier. In der Sönke. Ohne ihn würde ich nicht mehr auf dem Feld stehen. Dafür muss geirrt werden. Und das muss ins Diary rein. Wir haben viele Fans. Aber einer meiner Lieblingsfans. Die Mädels hier. Auf jeden Fall, die waren jedes Spiel da. Immer volle Herzen mit uns. Deswegen, die müssen ins Video rein. Ich möchte mich nochmal bedanken. Und jetzt geht es ab in den Sommer. Tschüss!